xpk nuke oder nuke zum xpkl jetzt mal wieder am still und heute mit einem kleinen live commentary von mir solo also allo nicht mit sie oder jemand anderes sondern nur mit mir und ja starten wir doch mal eine runde blitz angriff ja ich wollte mal fragen wie ist denn wo ich so geht so mit schule dies das kennt ihr aus meiner alten aus meiner alten zeit dass schule nicht immer so prickel gelaufen ist blitz angriff ist angesagt auf der map auf der wundervollen warhawk schauen wir mal was hier so geht und hier handy am start immer die freundin mit der immer schreiben damit nicht immer sauer ist ja ihr wisst bescheid nebenbei noch fernseher schauen ja statt ist auch meine scheiß direkt spiele was nehmen wir den hier akkuat 12 5 4 3 2 1 go warte deine fresse bis sich doch bis sich doch ja klar wichser kröppel nichts drauf da von da kommt der jetzt ah der ist schon tot der ist bam zack erster zweiter dritte dritte d wer Verbündete Satcom aktiv! Läuft ganz gut bei mir. Bisschen Gamesound hier hochdrehen. Ah, da holte mich der Wu an Wicke. Was ist denn da, du? Da, kommt da. Ach komm, leck mich doch. Meine Güte. Boah, schluck halt noch mehr. Ich hoffe, dass sie jetzt nicht von hinten kommen. Ja, kommt schön immer zu zweit. Da kommt einer. Ah, ich dich gehört habe. Da oben ist einer. Da, nee. Da, nee. Na, leck mich ganz in Arsch stecken. Ach so, der lebt ja noch! Mama mia, blub, 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 geil! Ja, ja, komm! Hm, wie viel schluckt denn der? Das war ohne Witz. Und ich denke, der Elsa hat... Ja, ihr hört es an meiner Stimme. Ich bin... bisschen erkältet hier. Alter, nee! Hey! Oh, ich meine, der ist hart. Ja, sch... Schön am herglitschen, du Hurensohn, Alter! Geh dir vergraben, Alter! Meine Fresse! Die Zeit wird krank! Ich wollte mich vor... Fick dich! Ich wollte mich mal, ähm... bedanken, an... die 10 Likes, die wir geschafft haben im letzten Video. Fand ich... Finde ich echt nice von euch. Ah, Haley, verpiss dich doch! Jung, äh... Musst du mit der Remington kommen, oder? Meine Güte, verpiss dich doch! Doch, du Scheiß-Haley! Wenn der Haley mich jetzt holt... Hey, das gibt's doch nicht! Das Mauler... Schuss-Find-Team-Punktet! Ah, hab ich hier eigentlich... Du Hurensohn... Ja, kommt gleich der Nächste! Was ist denn das? Immer bei Live-Commentaries bin ich nicht so gut. Da killt mir mal ein! Ja... Jetzt geh raus! Immer so... Eltern... auf trocken! Da killt mir immer ein! Und dann... Halbzeit! 11 zu 14, Alter, gehen wir gar nicht hin! Ja, gegen... Fast gegen den ganzen Clown, Alter, das ist ja... Das ist ja abnormal, ey! Verpiss dich doch jetzt! Verpiss dich doch jetzt! Eber Sack, Alter! Ja... Ich kenn das Gefühl... So wie... Hier grad... Wenn ihr... Oh, 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 oh... Ich kenn das Gefühl, wenn ihr... Wenn ihr so... Da kommt der... Wenn ihr das Gefühl so... Fick dich jetzt! Wenn ihr das Gefühl habt, so... Boah, ja... Lauf doch nicht von meiner Nase rum! Und... Da ist ein Hund! Und... Wo ist der Hund? Mann... Ne, ne, du! Ne, ne! Boah, danke, Team-Mail, dass du mir die Arschkette hast! Köln... 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 Klar, eine Google und ich bin tot. Das ist Ghost. Hey, tut mir leid, aber die sollten da... Echt mal was. Und dann. Klar. Trotzahn. Da oben ist einer. Komm, schluck einen noch mehr. Ich hab's gewusst, ich hab's gewusst. 18 zu 18. Geht immer gar nicht her. Immer beim Live-Commentieren, ich bin nicht so scheiße, Alter. Klar, Drop Zone und ich bin tot. Das ist immer das Gleiche. Immer. 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 Carry'n. Oh, da haben wir einer. Ja, komm. Komm aus deiner behinderten Ecke. Ist doch... Ja, komm. Ja, komm, gleich zu fünft. Ja, komm. Saatcom-Verbindung aktiv. Guck, hier ist er aus dem Song. Bis genau. Glaub ich... Mit... Mit Griff ist die besser, die Waffe. Komm. Lauf doch. Wow, mein Ame. Haben schon. War am Ende dann noch ganz gut, würde ich sagen. Ja, Abschluss-Kill-Kill. Nein, mein Ame geht gar nicht. Nee, nada. Niente. Ja, ich würde sagen, wenn euch das Live-Korrentieri gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Kommentieren nicht vergessen, abonnieren nicht vergessen. Und ich würde nur noch sagen, haut rein und tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Tschüss.